Ja, Matze! Fühl dich ganz hart! So 150! Ihr könnt das jetzt schon erkennen oder was? Also ich sehe jetzt nur einen Mann mit einem komischen Haar. Und es ist wirklich Drew McIntyre! Oha, Stainy! Spiel halt echt, halt ich auch. Dann haben wir AJ Styles, Tinsuke Nakamura. Alter, wir haben sogar in der ersten Box ein Autogramm, dann wundest du... Goldberg! Goldberg! Dicker, willst du mich verkacken, euren Bruder? Goldberg Autograph! Ach, hau ab, Junge! Alter! Zu fünf! Zu zehn, Entschuldigung! Sieben von zehn Matheus Cunha! Dicker, was ist das für eine Karte, Bruder? Alter Falter! Alter Falter! Neymar Junior! Robert Lewandowski! Okay! So! Morning! Äh, Morning! Marvin, für was? Für was hätte es gern? 10 von 10! 10 von 10, Bruder! Leroy Sané! Liam Delap! Und jetzt pass auf! 4 von 10! 4 von 10! Liam Delap! Bruder! Jaaaa, Matze! Fühl ich ganz hart! Kai Havertz zu 150! Mega stark! Alter, find ich richtig geil! Find ich richtig geil! Ach, schaut die sexy aus! Ich sag mal so, es läuft heute ganz gut! Es läuft heute ganz gut! Matze, dickes, dickes GG! Cristiano Ronaldo zu 75! 11 von 75! 11 von 75! Cristiano Ronaldo! Vorletzte Box! Meine Lieben! Ja mal, wir ziehen gleich mal im ersten Packers Autogramm! Das ist! Samuel Eto'o von Inter! Zu 99! Inter Mailand! Wo ist Inter Mailand? Wird Inter Mailand bekommen? Florian! Fick dich! Was willst du überhaupt? Ja, ist okay, weiß ja jeder welches Team der gekauft hat schon, oder? Normalerweise! Digger! Barcelona Spot! Was ist da da los? Aus dem Nichts! Wenn's ne Möglichkeit gibt, wir kommen zusammen, aber die hätt ich echt gern! Ace Legend! Also wenn's ne Möglichkeit gibt, ich hätt die gern! Ich hätt die gern! Ich hätt die nämlich ganz gern! Chasing Glory! Ronaldo zu 25! 14 von 25! Cristiano Ronaldo! Chasing Glory!